Eyo, was geht ab Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie versprochen jetzt hier das Krypto-Pack-Opening mit meinem Kumpel am Start, der Tier 1907. Stell dich mal kurz vor. Ja, moin. Und ja, ihr seht, ich hab jetzt hier 1000 Krypto. Mein Kumpel hier, der hat, ich glaub, 630 müssten es sein. Und ja, ich mach jetzt die ersten 10 auf. Guck dann, vielleicht kriegst du es schon, dass ich das dann zusammengeschneid bekomme, dass ihr seht, was er zieht. Und ja, dann mach ich jetzt mal meine ersten 10 auf. Mal gucken, vielleicht kriegst du direkt was Geiles. Oh, da seh ich schon episch. Nur ne XR2 Variante und Funken für die Locos. Okay, machen wir das nächste auf. Viele meinen ja, viele meinen, dass die 10er Kisten besser sind. Ja, ne, glaub nicht. Also ich hab bei den 13, was halt so. Oh, episch. Kriegsgezeichnungsdienst, die Argus, Alter, ciao. Was ist das für ne 14, Junge? Okay, das mach ich mal ein drittes auf hier. Oh, Prestige für die Argus. Junge, dieser Argus-Chord, ich hasse es. Das beste Wach auf jeden Fall. Hab ich jetzt vier oder fünf aufgemacht. Fuck, ich weiß es nicht. Gehe das jetzt nicht viel. Okay. Auch einmal selten nur drin, Alter. Okay, das fünfte. Komm, jetzt hier episch. Oh, monochrom für LK. Lila für, oh, die Case war ganz geil. Ich zieh nur Tano gerade. Also bei 1000 Krypto muss mindestens eine der neun Waffen dabei sein, wenn es nur eine Knife-Tano ist. Es muss da was dabei sein. Oh, dreimal Kisten, Alter. Geil. Okay. Das siebte. Das wird einmal selten, das sehe ich schon. Fuck, Alter. Es fällt nicht so gut an, wie ich erhofft hatte. Okay, machen wir das. Achte auf. Da sehe ich zweimal legendär. Mindestens einmal legendär, komm. Schon wieder nur einmal selten, Alter. What's going on here? Oh. Da kommt noch einmal legendär. Jawohl, Alter. Da ist schon das erste, das Fleischermesser oder wie das aussieht, Alter. Jawohl, Ski, Alter. Jawohl, Ski, Junge. Wenn du irgendein Doppel-4-Extro ist, sieht es richtig geil aus. Und noch eine Sky-Jacked-Visitenkarte. Nice. Nice, Alter. Nice. Okay, jetzt mache ich mein Zehn. Das fängt mal gut an. Perfekter Anfang, Alter. Besser geht's nicht. Nice. Okay, jetzt habe ich meine Zehn eingemacht. Mach schon mal Doppel-Eintausch und kannst mit deinen Zehn starten. Yo, yo. Fang ich an. Erste Kiste. Ja, legendär. Hier ist es auch Schlinger für Profit. Ja, das ist einmal selten. Das ist Kacke. Nächster. Variante. Schlinger für Profit. Was ist das? Hier seht ihr nochmal, Alter. Nice, okay, das zeige ich dir jetzt mal kurz. Da kommt irgendwie am Atador für Outrider. So mit sechs Variante. Und Hitze-Attacke für Battery. Oh, hier gönnt's euch, Alter. Das sieht richtig Hammer aus. Nice. Da kommt episch. Das ist Argo, ich sehe es schon. Mischt es mit episch. Einmal selten. Hier seht ihr auch noch das Butterfly vom letzten Mal. Wie glaub ich jetzt hab ich hab hier Kufa-Stich für HVK 30, nice. Das nächste Video wird dann auch das erste Video, beziehungsweise das zweite Video von der neuen Serie sein. Und ja, vielleicht kommt auch mal bald ein Gas-Claim-Play von Tom. Der hat nämlich auch hier schon ein paar Nuklears gemacht. Mal sehen. Lass dich überraschen, was das jetzt kommt. Lass dich angoes hier. Das Fack-Stum für die TORP richtig. Lass verschoben, weil mein Kumpel hier war im Urlaub leider und da konnten wir nicht aufnehmen. Und dann hat er nicht genug Krypto gehabt und so. Und aber jetzt kommt es ja zwar ein bisschen verspätet, aber ist egal. Dafür habe ich jetzt 1000 Krypto. Das macht die ganze Sache noch ein bisschen geiler. Ey, komm schon. Ich muss was kratzen. Ich hab noch nie was kratzen gezogen. Ja, das stimmt. Ich muss was kratzen. Ich bin jetzt gleich beim achten. Okay. Aber, alter, ich hab vorhin hier Schlingern für UIN bekommen. Oh, da ist was. Oh, da ist was. Nee, das Ding. Alles ja. Ich will sehen. So, das war jetzt jetzt hier. Dann bist du wieder. Sorry. Jawohl. Das ist ja wohl. Ich hab noch nicht gekriegt. Okay, dann mach ich jetzt mal eine coole Idee auf. Komm schon. Und direkt muss gut weitergehen hier, alter. Äh, nur ne. Ist hier. Komm schon, alter. Oh, richtig geiles Geist, komm schon. Oh, nein. Oh, körper für Nomad Maya. Und so fresh, frisch für Prophet. Die Gäste, guck ich mir. Oh, da ist er. Oh, schon wieder Argus. Die dritte epische Argus-Tarnung hier bei mir. Ciao, alter. Braucht kein Mensch. Alter, ich hab richtig viele neue Gesten bekommen. Oh, schon wieder eine Geste. Ich glaub, das Spiel gönnt mir jetzt nichts mehr, weil ich grad so was krass gezogen hab. Oh, ich spiel mir ein geiler Kommen für den Firebreak. Okay. Oh, da ist ich legendär. Oh, schon wieder alter. Selten und legendär. Oh, hast du neust du nie. Schon wieder zweimal normal und seltener ist jetzt. Äh, wie viel bin ich jetzt eigentlich? Wie viel hab ich jetzt gezogen? Fuck. Ach, keine Ahnung. Ja, ich zähle einfach noch drei und dann machst du. Oh, Brandfackel. Oh, Brandfackel, so eine Witz, die hessische Tarnung. Dies legendär, Alter. Ich hab die 40 Jahren, ey, unbedingt. Ist echt so, der MX Garant. Oh, da seh ich episch, komm schon. Das könnten neue Waffen werden. No, es ist lokus, ich dachte, ich zieh die Sniper. Was ich auch gern haben, wär, äh, was nie. Was ich auch gern haben würde, wär hier in Marsch 16. Oder die ist auch ganz neu, aber die finde ich mit der Wunschweck der Klassmen, die Waffen. So, jetzt noch eins, dann kannst du wiederziehen. Komm schon. Immer diese Varianten, aber Kuda Griff ist ganz geil, eigentlich okay, du kannst wiederziehen. Ich taue schon mal die doppelten ein, wieder hier. Ah, da ist legendär, einmal so eine Variante, tatsächlich. Ja, cooler Formant der Geschoss. Nö. Guck inzwischen, da kommt, oh, da ist was episches. Das ist, 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 das ist. Ja, Sturm für Weevil, nice. Das ist mein dritter, ja, das ist schon ja legendär, Maya für Nomad, Aupo für Ruin und ja. Dann sagen wir hier, vier Gesten, klatschen haben wir hier, das klatschen ist auch nicht, ne, stampfen auch nicht. Ey, ich ziehe nichts, ey, komm schon, Leute, dann kann ich sein. So, oh Gott, ich hab diese komische Geste gezogen, wo der seinen Finger so im Kreis dreht und sich im Kreis dreht dabei, alter. Ey, ich fühl schon mal 21, ich hab noch nichts bekommen, Edelstein für Haymaker. Edelstein ist geil, aber nicht für sowas. Oh, ich krieg noch, ey, ich hab noch nichts gezogen, man. Das war letztes, dann kannst du wieder. Oh, ich hab, äh, diese Geste gezogen. Sogar schon für zwei. Nice. Muss dran, übrigens. Achso, oh, fuck, sorry. Okay, geht sofort weiter hier. Erstes Case von den Zehn, oh, das ist episch, ey, ey, ich hab jetzt die vier, ich glaube, die vier episch Tarnungen, ne, da fehlt noch, äh, die neue, die neue, wie heißt die neue, die eine da, äh. Äh, hier ist dann die neue, sag mal kurz. Ich weiß nicht, was du meinst. Die eine neue Tarnung. Nicht, nicht Prestige, sondern die andere. Ich hab auch wieder alle episch Tarnungen für Argus gezogen, außer die. Ich hab was richtig, richtig Geiles bekommen. Ich hab mir richtig geile Visitenkarte bekommen. Ich hab auch richtig geile Bekauf bekommen. Es ist ja voll geil. Ich hab einen richtig geilen Kopf für den, äh, für einen Outrider bekommen. Der ist richtig geil. Okay, viertes Case. Ich zähle mal nicht mit, Alter, muss ich machen. Alter, grad sind die Cases aber gar nicht geil. Am Anfang ist richtig gut und jetzt, so. Oh Mann, ich hab noch nicht, ich hab noch 111, ich hab noch nichts. Komm schon. Irgendwas geil ist, muss noch eine Knife Tarnung. Meine Wargriff Variante. Komm schon, da muss was Geiles dabei sein. Komm schon, Alter, ich will was Neues haben. Wie viel Krass ist das denn noch? Äh, ich hab noch 408. Komm schon, denk an doppelt eintauschen. Da, jetzt kommt, geiles Case, geiles Case, episch. Eis für Weevil. Na. Okay, komm, gleich nächstes Case hier. Ich will mich noch was Neues haben. Moment, Schlagringe sind. Komm schon. Butterfly, ich ziehe das Butterfly nochmal. Ja, wahrscheinlich, wie wir es gesagt haben, ja, ich wüsste es, Alter. Ja, ich würde es dir geben, Alter. Ohne Scheiß, aber es geht nicht. Oh mein Gott, ich ziehe das Butterfly nochmal, das ist ein Scherz. Wir haben es einfach vorher angesprochen, dass es locker so sein wird. Ja, zieh du jetzt. Ja, so, okay. Den dritten. Oh mein Gott. Das ist ja so eine Geste, sehe ich doch. Ja, ich bin ja zwei Gesten. Hey, man kommt schon. Als man vor hat, ich spiele die nicht. Hey, jetzt ist aber hier, das Butterfly, das ist ein Scherz. Das ist nochmal ein Ritualvertrag, was soll ich damit? Nein, Mann. Ich brauche schon, ich kriege das Butterfly noch einmal, Alter. Ey, was, was? Da war gerade safe, was Neues. Ich hoffe, ich habe auch leid, aber ich kann nochmal drei öffnen. Alter, schau. Das ist einfach von Dreck und das Gefühl ist, ich kriege nur Gesten. Kommt schon, jetzt aber. Ich glaube, du siehst da irgendwas Neues, irgendwas musst du ziehen. Das mache ich nicht. Also, ich habe nur noch einen. Ja, Mann. Es ist richtig, also ich schieße jetzt nichts. Das nächste Zunge? Fieße zeichne für LK, tief runter, Matador. Hey, habe ich mal doppelte Eintauschen, dann kann ich nochmal ein 30er. Glaube ich zumindest. Na gut, ich habe mal einen 20 Kryptos. Ich bin raus. Du bist dran. Hast keine mehr? Ne, okay, mal. Ich habe mich dann zu. An 6, mal 30. Okay, dann mache ich hier meine Kisten jetzt einfach hintereinander auf und gucke, ob ich noch was Geiles bekomme. Auf jeden Fall Mau, Alter, Butterfly. Oh nein, Alter, ich habe den Backflip für dich. Oh, Kupferstich für XM-Werfer, Alter. Wer braucht denn sowas? Komm schon. Ich habe den Backflip, Alter. Alles Gutes. XR 2 Schnellziehen, da rennt es schon wieder. Komm schon. Ich will ja noch was Geiles ziehen, Alter. Ich will keine Neiftahnung haben. Ich will... Eine Waffe. HG40 oder MX Garant oder irgendwie sowas. Oder... Hier. Nicht Marsch, die andere da. Ein Bogen oder wie das Ding heißt, welches ich habe. Die Armbrust. KM Schnellziehen-Variante. Mann, Alter, mit euren komischen Aufsatzvarianten könnt ihr mir noch Arsch verwenden, Alter. Die sind scheiße. Oh, Faro Kriegsgezeichnet habe ich schon. Und... Königlich. Okay, nächstes Case. Ich habe aber ein Gefühl, dass wir noch irgendwas ziehen werden, Alter. Ja, du musst... Hey, ohne Scheiße, ich habe richtig viele Backflips hier für die ganzen Charaktere bekommen. Okay, komm schon, komm schon, dass ich was episches... Das wird ne Argus. Oh, ne, oder normal. Komm schon, da ist was episches. Das ist safe, ne Waffe. Das ist safe, ne Waffe. Oh, und ich krieg's selten. Shit, Alter, komm schon. Das zweimal Leben der. Und das wird... Und doch... Steampunk. Für Battery. Das ist ja ganz geil. Das ist egal, ist ja geil. Oh, da ist episch. Hey, Jungen. Weiß für MR6, Alter. Ich dachte, ich krieg die Marsche. Komm schon, Alter. Oh, da ist wieder was episches. Argus, oder? Wieder König. Immer diese Argus 12, diese Argus da so sieht. So ein Abfuck. Komm schon. Ich kann jetzt noch zwei Kryptozy, dann kann ich doch bitte eintauschen. Äh, zwei Kryptozy, zwei Cases. Ich kann noch mal zwei, zwei normalen, ich ziehe einfach das Butterfly doppelt, Alter. Komm schon. Oh, Prestige für K&N. Okay, nochmal doppelte eintauschen hier. Wie viel kriegen wir da nochmal raus? 70, okay, nochmal 70. Das heißt, ich kann nochmal zwei 10er Kiste. Oh, das wird, naja, wird das Legandär, wird das Legandär, komm schon. Oh, schade. Hey Mann, du musst auch noch was Neues bekommen. Ist echt so, Alter. Alter, komm, da, da sehe ich es einfach. Oh, VMP-Ritual. Es sah, es sah aus wie eine neue Waffe. Okay, nochmal. Ich hätte so gerne die MLS Garant gehabt oder HG-40. Okay, nochmal eine 10er Kiste. Nee, da ist das Neues hier, ne? Okay, nee, würde man immer setzen. Okay. Dann war es auch schon mehr hier mit dem Pack-Opening. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Abo da oder einen Like und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr öfter ein Video hier mit dem Tier sehen wollt. Und dann würde ich sagen, überlasst ihr das Schlusswort. Ja, schwer nur Rotze in den Weckensiener gestern. Und dann haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao.